Servus und hallo, mein Name ist Markus Gebhardt. Ich bin Professor für Lernbehindertenpädagogik, einschließlich inklusiver Pädagogik an der Universität Regensburg. Ich beschäftige mich seit Jahren mit Lernverlaufsdiagnostik und möchte das in kurzen Worten vorstellen. Lernverlaufsdiagnostik hat die Idee, Lernen zu dokumentieren mittels kurzer Test über einen längeren Zeitraum, um dem Lehrer direkte Rückmeldungen zu geben. Aktuell ist dies in der Schule leider nicht möglich. Wenn wir uns jetzt den aktuellen Unterricht anschauen, dann haben Lehrer meistens die Möglichkeit, den Lernstand zu erfragen, indem sie sich die Hausaufgaben anschauen, mündliche Abfragen gestalten oder schriftliche Leistungsproben erheben. Die entwickeln sie meistens selber. Sie wirken, sie sind sozusagen genau auf das Kind gerichtet, aber meist nicht standardisiert. Das bedeutet, die Vergleichbarkeit zwischen Klassen ist einfach nicht gegeben. Der Lehrer muss dann sein individuelles Konzept dem anderen Lehrer erklären und auch für die Eltern ist es nur sozusagen ein Ist-Stand und eine Rückmeldung, die kriterial verankert sein kann. Bei standardisierten Erhebungen, Tests oder Beobachtungsinstrumenten ist es dagegen gegeben, dass die Tests reliabel und vergleichbar zwischen den Klassen sind. Es steckt ein festes Konstrukt dahinter, was meistens ein Wissenschaftler ausformuliert hat und daher einfacher vergleichbarer ist. Viele dieser Tests können aber nur Messungen zu einem Messzeitpunkt geben, da sie keine verschiedenen Paralleltests haben. Um Lernen zu messen, muss ich aber eben den Lernfortschritt messen. Dafür benötige ich mehrere Testungen und die Tests müssen miteinander verankert sind. Einige wenige sind dies, meist mit ein, zwei oder drei Paralleltests. Sie erlauben dann eben ein Messen meistens am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Jahres und geben eine auch eine Norm, also einen Vergleich zu dem jeweiligen Lernstatus. In der klassischen Förderung oder auch der sonderpädagogischen Förderung ist dies meistens so, dass zum ersten Messzeitpunkt ein breiter Statustest gewählt wird, zu Test 1 die Förderdiagnostik. Dann wird ein Förderziel entschieden, der Förderplan wird aufgestellt und am Ende der Förderung gibt es meistens am Schuljahresende oder am Halbjahrende, also zumindest nach einem längeren Zeitraum, wo die Förderung wirken kann, einen zweiten Test, der hoffentlich mit dem ersten Test verankert ist. Nämlich nur dann weiß ich, um wie viele Items, Aufgaben ich mich eigentlich verbessert habe und ob das ein fairer Lernfortschritt war und ob der sozusagen sich in irgendeiner Form dann von den anderen Schülerinnen und Schülern unterscheidet. Dafür müssen die Tests eigens gemacht sind. Das Ganze würde man dann als summative Evaluation bezeichnen, da ich die Ergebnisse erst am Ende weiß, also sprich, wenn ich den Test 2 gemacht habe. Die Idee, die man anders sozusagen gestalten könnte, wäre, indem wir ja mehr Informationen benötigen für unsere einzelne Förderung, nennt man Formatives Assessment. Das setzt voraus, dass ich nicht nur einen Test habe, sondern mehrere Tests, die die Förderung begleiten. Diese sollten am besten möglichst kurz sein und ökonomisch, damit ich sie wirklich auch im Unterricht verwenden kann. Das sehen wir hier in der Folie. Sie sehen hier, wir haben Test 1, Test 2, Test 3, Test 4, Test 5, Test 6. Hier ist es sozusagen möglich, dass ich während der Förderung merke, wirkt die Förderung oder nicht. Muss ich also irgendwas verändern? Ich kann dann die Förderung auf den Schüler anpassen und sehe dann, ob ich weitere Wirkungen habe und mein Lernziel erreichen kann. Das ist der Vorteil der formativen Evaluation oder auch des formativen Assessments und dieses eigentlich relativ stark wirksam, weil der Lehrer ja eben die Förderung anpassen kann. Dieses Konzept ist in der Lernverlaufsdiagnostik verankert. Die Lernverlaufsdiagnostik ist ein quantitatives Instrument mit festen reliablen Test. Hier in der Grafik sehen Sie einen Lesetest, der in einer Minute misst, wie viele Leseitems, zum Beispiel Silben oder Wörter, ich schaffe. Das ist sozusagen hier auf der Y-Achse verankert. Wir haben hier den Lernstand des Schülers, bevor die erste Förderung begann, also wie der normale Unterricht am Schuljahresanfang, welche Leistungen er da zeigt und da sehen wir hier, dass er 20 Wörter die Minute liest. Jetzt haben wir das Problem, dass 20 Wörter die Minute vielleicht für die zweite Klasse noch etwas zu niedrig ist. Wir würden gerne haben, dass er am Schuljahresende 60 Wörter die Minute schafft. Das ist unser Ziel, das legen wir fest. Dafür haben wir dann verschiedene Förderungen, die wir hintereinander schalten. Das bedeutet also, wir fangen einfach mal mit der niedrigsten Förderstufe an. Jeder Schüler soll zehn Minuten daheim lesen. Bei unserem Schüler, der hier eingetragen ist, ein fiktives Beispiel, sehen Sie, dass diese Förderung noch nicht effektiv ist. Vielleicht klappt das nicht daheim mit dem zehn Minuten lesen. Er hat auf jeden Fall keine wesentlichen Lernfortschritte. Man muss die Förderung anpassen. Dann gibt es eigene spezielle Übungen, die er machen soll. Die Lesetexte wurden für ihn speziell angepasst, beispielsweise. Das sind dann immer Entscheidungen, die der Lehrer selber trifft, weil nur er das Lernkind genau kennt. Der Vorteil sozusagen der Lernverlaufsdiagnostik ist, dass unmittelbar rückgemeldet wird, ob sozusagen die einzelne Förderung etwas bringt. Meistens muss man noch etwas warten, bis sozusagen auch sich das Wissen gefestigt hat und sich in den einzelnen Tests zeigt. Und man sollte auch unbedingt mehrere Tests abwarten, damit man einen stabilen Vergleich hat. Also ein oder zwei Testungen sind sozusagen noch nicht so ganz stabil wie drei oder vier. Und ab fünf Testungen kann man auch anfangen, einen Trend zu ermitteln. Das ist dann eine Regressionsgerade oder eine Trendlinie, die dann eben zeigt, hat das Kind Lernfortschritte und wenn ja, wie hoch sind diese? Also wie viel bringt jetzt die einzelne Übung oder lohnt es sich, noch eine Förderung drei oder vier zusätzlich anzubieten, damit das Jahresziel erreicht wird? Es geht bei der Lernverlaufsdiagnostik daher um die Begleitung von sogenannten Risikoschülerinnen und Schülern, die zusätzliche Unterstützung benötigen und um nachzusichern, dass diese auch ihr Lernziel erreichen und ein inklusiver Unterricht möglich ist. Die Idee kommt genau daher, dass man diese Risikoschüler, die normal im regulären System untergegangen sind oder für die die Inklusion in irgendeiner Form eine Überforderung war, dass man genau diese sichert, dass man dem Lehrer bewusst macht, dass man für die neue pädagogische Entscheidungen brauchen kann und dass es sinnvoll ist, da mehr Ressourcen reinzugeben in diese Förderung. Die ursprüngliche Idee kommt aus den 70ern in den USA und ist mittlerweile auch in Deutschland implementiert. Es gibt seit 2016 einen Arbeitskreis und es gibt mehrere Forschergruppen, die dazu arbeiten. Die Grundidee ist eben der formative Ansatz. Es sollten maximal fünfminütige Testungen sein, die ich schnell und einfach im Unterricht implementieren kann. Daher ist es sozusagen auch hilfreich, wenn die im Computer sind, bricht die Auswertung, die Durchführung vielleicht automatisch am Tablet erfolgt und der Lehrer direkt danach eine Auswertung mit einem Graph oder mit zusätzlichen qualitativen Daten hat. Die Hauptidee ist eben, dass der Lernverlauf sensibel erfasst wird. Daher macht es auch durchaus Sinn, dass verschiedene Programme angeboten werden, weil zum Beispiel ein Kind mit einer Lernschwierigkeit einen langsamen Verlauf oder auch einen anderen Start hat, wie eben ein Schüler, der vielleicht eher hochbegabt ist oder schon alle Buchstaben kennt. Wir haben also heterogene Klassen und dahergehend ist es auch durchaus sinnvoll, dass die Tests individuell für den Schüler ausgewählt werden können. Genauso möglich ist es aber auch, dass es klassenbasierte Tests gibt, die auch im Curriculum verankert sind und zum Beispiel einfach die gesamten Inhalte der ersten oder zweiten oder dritten Klasse abfragen und diese in einem Graphen darstellen. Das wäre sozusagen der zweite Weg der Lernverlaufsdiagnostik. Wesentlicher Punkt ist, dass es eine Auskunft über die Effektivität des aktuellen Unterrichts gibt, wie viel beim Schüler ankommt und wie viel er sozusagen schon gelernt hat und ich dann die Fördermaßnahmen daraufhin adaptieren kann. Daher ist es durchaus sinnvoll, dass die Lernverlaufsdiagnostik direkt mit der Förderung, wie zum Beispiel im Rügener Inklusionsprojekt, verknüpft ist und die Lehrer dann genau wissen, was könnten denn mögliche Förderentscheidungen sein. Die Förderentscheidungen treffen sie aber immer selbst im Team. Also es ist keine Form von programmierter Unterricht, sondern es ist eben eine individuelle Rückmeldung, die dem Lehrer bei den Entscheidungen hilft. Der Vorteil, habe ich schon genannt, individuelle Rückmeldung, Verknüpfung von Diagnostik und Förderung und eine Evaluation von langfristigen Lernzielen. Es lohnt sich also immer dann, wenn ich die Kompetenzen langfristig über ein halbes Schuljahr aufbaue. Ganz kurze Inhalte von nur ein paar Wochen lohnen sich eigentlich nicht. Und die Idee ist es dann auch für Risikoleute oder wenn ich sage, ich bin nach einer intensive Förderung, dann gibt es eben kürzere Messzeiträume oder aber, wenn ich sage, ich beobachte die gesamte Klasse, dann können das auch längere Messzeitpunkte sein. In Lifumi sagen wir da beispielsweise immer vor den Ferien ist zum Beispiel ein guter Messzeitpunkt. Das ist dann alle sieben, acht Wochen. Das entscheidet dann jede Lehrkraft und jedes Klassenteam für sich. Grundvoraussetzung ist eine diagnostische Kompetenz und fachdidaktisches Wissen, um eben die einzelnen Entscheidungen in didaktische Inhalte umzusetzen und Methoden. Was nicht sein sollte, ist, dass man seine eigene didaktische pädagogische Praxis einengt auf den Test, dass man nur noch für den Test unterrichtet. Der Test ist zwar standardisiert und gibt eine Rückmeldung. Ziel ist es aber, dass die Intervention immer noch ganzheitlich und reichhaltig erfolgt. Also die Intervention sollte zwar auf das Testergebnis zielen in Bezug auf das latente Konstrukt, aber sie sollte reichhaltig und anregend sein und nicht so angelegt sein, wie die Testung mit einzelnen Items und der Person gar keinen Spaß mehr machen. Weil diese Motivation oder überhaupt Motivation an sich ist ja eines der wichtigsten Prädiktoren, die wir haben für den Lernerfolg. Man muss als Lehrer bei der Interpretation der Lernverlaufsdiagnostik etwas aufpassen. Man darf nicht noch schon nach ein oder zwei Testungen übergeneralisieren. Und wenn man zu wenig Datenpunkte hat, dann ist auch diese Messung wie jede Messung unreliable. Sie ist sicher immer noch reliabler wie eine Messung, die man selbst gebaut hat. Aber auch hier gibt es den sogenannten Standardfehler und eine Art Konfidenzintervall. Also man muss bedenken, ein, zwei Wörter plus minus sind sozusagen immer auch eine Art Messfehler, die um den wahren Wert, die der Schüler hat, hat und die im Graph vielleicht dann eben nur so ungefähr angezeigt wird. Ich selbst habe mit meinem Kollegen Andreas Mühling die Online-Plattform Lifumi konstruiert und gebaut. Herr Mühling ist vor allem für die technische Umsetzung da. Dann haben wir noch Professor Diehl mit an Bord für die Lesetests. Und ich selbst bin für alle Lernverlaufstests verantwortlich. Wir haben die Idee, dass es ein Open Science Projekt ist, wo sich viele andere Leute beteiligen können. Wir konstruieren die Lerntests frei. Die ganze Plattform ist kostenlos und wir versuchen auch immer Lehrerhandbücher zur Beschreibung und Fördermaterial zu entwerfen, um den Lehrern zu zeigen, wie man die Lernverlaufsdiagnostik umsetzen kann. Unser Hauptfokus ist aber eben in einer kostenlosen Möglichkeit, überhaupt mal den Lernstand zu erfassen und dann lernen, fortschrittsmäßig zu begleiten. Daher ist die ganze Plattform kostenlos und wir haben eben eine formative Messung mit zufälligen Ziehungen, da dann alle Tests sehr viel parallelisiert werden können, weil ja jedes Item zufällig gezogen wird. Das war eine Grundvoraussetzung, um eine möglichst leichte Handhabbarkeit für alle Lehrkräfte auf der einen Seite zu ermöglichen und auf der anderen Seite für uns, um möglichst reliable Tests zu haben, damit wir die Tests auch auf der Plattform updaten können und sie immer die optimalen Tests haben. Die Daten werden von uns anonym erfasst und wir verrechnen diese immer wieder, um zu schauen, ob unsere Tests noch reliable sind. Die ganzen Daten sind auf dem Server von der Universität Kiel gespeichert und mit dem höchsten Schutz versehen. Wir sind alle universitäre Mitglieder und nur die Forschergruppen schauen sich die anonymisierten Daten an. Mehr passiert sozusagen mit den Daten, die wir erheben, nicht. Um sich weiter zu informieren, habe ich in den einführenden Artikel hier verlinkt zur Lernverlaufsdiagnostik Lefumi, genauso wie auf meiner Homepage die Beschreibungen zu den aktuellen Tests im Bereich Lesen, Mathematik und Rechtschreiben und ein paar wenige im Bereich Verhalten haben wir mittlerweile. Und Sie finden hier immer alle Tests, die Sie sich auch als Paper-Print-Version runterladen können. Wir empfehlen aber trotzdem eine Anwendung in Lefumi im Computer, da es sinnvoll ist sozusagen, da dort die Auswertungen standardisiert für Sie stattfinden und Sie in dem Sinn weniger Arbeit haben. Und wenn Sie einmal im Computersystem sind und dann immer die Anwendung dort durchführen, ist das Ganze auch einiges objektiver, weil der Computer ja immer die gleichen Schritte macht. Das ist sozusagen auch eine der Ideen, dass der Computer Ihnen eben die Auswertung, die Durchführung eben abnimmt und gleichzeitig eben alle möglichen Wege der Interpretation der Daten ermöglicht und einfach darstellt. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.